UNTERTITELUNG Che Hei So. Du darfst nicht mit Lee Kwan Hee in die Hölle zurück. Wieso das? Warum nicht? Krieg gleich Gänsehaut. Das ist neu. Und so rum? Unde, unde. Darf ich nicht zusammen zurück? Sollst du nach Hause? Che Hei So. In der Lobby wartet ein neuer Teilnehmer auf dich. Kehre bitte mit ihm in die Hölle zurück. Wie bitte? Du meine Güte. Du sollst mit einem anderen in die Hölle? Du sollst mit einem anderen in die Hölle?